Puber, Scheiß und Altersmist. Überkümmert. Ein Mini-Wirrspiel von Claudia Falk. Immer muss ich allein hier die Geschirrspüler ausräumen. Ey, kannst du vielleicht auch mal was im Haushalt machen? Mann, Mann, ich hab das doch gestern erst gemacht. Von wegen. Jetzt komm schon mal her. Diese Pubertiere. Musst du denn ständig? Musst du denn ständig? Kannst du vielleicht das Smartphone wenigstens mal für fünf Minuten beiseite legen? Also ich glaub langsam, du wirst schon richtig Mediensüchte. Nee, das mach ich jetzt nicht. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Du kannst jetzt hier bitte rausgehen. Jetzt lass mich in Ruhe. Überkümmert. 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 Hast du denn jetzt endlich mal deine Hausaufgaben gemacht? Du schreibst nächste Woche einen Test. Hast du dich darauf vorbereitet? Hast du deinen Vortrag gemacht? Mann! Nee, das mach ich jetzt nicht. Ich mach das morgen. Lass mich mein Zeug alleine erledigen. Puba-Puba-Scheiß und Altersmist! Puba-Scheiß und Altersmist! Ja, Mülleimer läuft über, ne? Einfach noch eins drauf packen, na klar. Madame hält's ja nicht für nötig vielleicht mal was runter zu bringen. Warum? Man hat ja seine Bediensteten. Sag mal, wo ist eigentlich der Kuchen von gestern? Da war doch noch eine halbe Torte übrig. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Musst du denn ständig? Musst du denn ständig? Weißt du eigentlich, was wir inzwischen für eine Wasserrechnung haben? Kannst du vielleicht mal das Duschen ein wenig einschränken? Du bist ja den ganzen Tag nur unter dem Wasserstrom. Hast du noch eine Haut? Jetzt hängst du hier ungelogen seit drei Stunden in deiner Furzkohle im Sofa. Du musst mal raus. Geh doch mal an die frische Luft. Geh doch mal um den Block, dass das hilft. Und beim Denken, beim Konzentrieren, Mensch. Puber, Scheiß und Altersmiss. Überkümmert. Puber, Scheiß und Altersmiss. Oh, da liegt ein Zettel. Du hast mich erfolgreich an die frische Luft gesetzt. Überkümmert. Zeitsprung. 25 Jahre. Oh, Mama, musst du wirklich immer von früher erzählen? Ich kenne die Geschichten nur langsam. Ständig? Musst du denn ständig? Musst du denn ständig? Musst du denn ständig? Hier ist Mama, hallo. Nein, ich bin beschäftigt. Ich habe zu tun. Warum rufst du mich jetzt schon wieder an? Aber ich wollte doch nur... Nee, nein, nicht jetzt. Ich bin auf Arbeit. Hast du denn eigentlich keine anderen Themen außer deinen ewigen Krankheiten? Au. Puber, Scheiß und Altersmiss. Oh, musst du denn jetzt schon wieder aufs Klo? Ich habe jetzt keine Zeit. Man, Mama, du kleckerst und schlürfst die ganze Zeit. Hör doch mal auf damit. Benimm dich und reiß dich zusammen. Oh, nee. Puber, Scheiß und Altersmist. Mama, kannst du vielleicht nicht mal rausgehen und Blocklaufen, dich ein bisschen beschäftigen? Ich habe keine Zeit. Mama? Mama? Oh Gott. Die Balkontür steht offen. Da liegt ein Zettel. Jetzt hast du mich erfolgreich an die frische Luft gesetzt. Nur um den Blocklaufen kann ich nicht mehr. Nein, nein, nein. Altersmist. Puber, Scheiß. Puber, Scheiß. Scheiße. Alterscheiß. Muba. Puber, Scheiß und Altersmist. Puber, Scheiß und Altersmist. Puber, Scheiß und Altersmist. Überkümmert. Puber, Scheiß und Altersmist. Ein Mini-Hörspiel von Claudia Feig. Puber, Scheiß und Altersmist. Es sprachen Claudia Feig und Clarina. Schön war die Zeit. Schön, schön. Schön war die Zeit.